Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 9614 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin stolz auf meinen Sohn, weil er sich für sein Alter sehr gut entwickelt. Ich bin stolz auf meinen Sohn, weil er sich für sein Alter sehr gut entwickelt. Mein Selbstvertrauen wächst von Tag zu Tag. Mein Selbstvertrauen wächst von Tag zu Tag. Mein Selbstvertrauen wächst von Tag zu Tag. Wenn ich länger darüber nachdenke, dann wird mir schon etwas dazu einfallen. Wenn ich länger darüber nachdenke, dann wird mir schon etwas dazu einfallen. Es kostet 100 Euro mehr als geplant, denn es waren zusätzliche Arbeiten für die Verkehrssicherheit notwendig. Es kostet 100 Euro mehr als geplant, denn es waren zusätzliche Arbeiten für die Verkehrssicherheit notwendig. Es kostet 100 Euro mehr als geplant, denn es waren zusätzliche Arbeiten für die Verkehrssicherheit notwendig. Die Influencerin Emily hat gestern ein Gewinnspiel gestartet, um sich bei ihren Followern für ihre Unterstützung zu bedanken. Heute beschäftige ich mich hauptsächlich mit effizienter und sparsamer Beleuchtung in Büros. Heute beschäftige ich mich hauptsächlich mit effizienter und sparsamer Beleuchtung in Büros. Dies sind die Apps, auf die ich als Apotheker zugreifen kann, um die Verfügbarkeit eines Medikaments zu prüfen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.